Hallo meine Lieben, herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge GTA Online. Mein Name ist Floft und wir spielen heute eine Runde GTA 5 Online Rennen. Wir spielen die Map und es rennen Rock Centers. Heute spiele ich mal nicht alleine, wir spielen mit dem Sea Haze 900F und mit der oder dem Jade 1504. Ich habe den Call Brawler genommen, also ich weiß nicht was das für ein Rennen ist. Ich stande da Strafenrennen, mal gucken. Oh, die haben beide East Sun Shards. Oh, ich glaube ich habe einen Fehler gemacht. Ähm, wir haben auch mal das jetzt nicht runtergezählt. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist kein Kontakt rennen. Das finde ich ziemlich blöd, aber man kann es ja nicht ändern. So. Oh, wartet mal kurz. Ich muss mal. So. Mein Headset war rausgerutscht. So. Jetzt gucken wir noch mal die einen kriegen. Ja, jetzt mal in der Ego-Perspektive. Viele sagen, es ist Pussy Mode, aber stimmt nicht, weil manchmal ist der Ego-Modus schwerer als Sub-Person. So. Ah, dort vorne ist schon einer. Ja, aber ich hätte auch am besten einen Tor annehmen sollen. Und dann hat er nur noch den Blazer, den Quad. Oh, das Quad. Ja, tut mir leid, dass, ähm, für diese Folge, ähm, für diese Woche nur eine Folge kam. Und es ist auch noch ziemlich spät, aber ich habe es aus zeitlichen Gründen wieder nicht geschafft, eine Folge aufzunehmen. Oh, juhu, ich bin's weiter. Ansonsten sendet mir die Map-Links, wenn ihr welche habt. Oder auch irgendwas anderes. Sendet mir das am besten per Mail den Link. Ja, und dann würde ich sie für spielen. Meine E-Mail-Adresse ist floft-at-werb.de Hab grad gesehen, ein Freund von mir ist vorbei getreten. Nein! Fuck, ich hab den Punkt nicht gekriegt. Nein, hoffentlich krieg ich den wieder ein. Punkt nicht gekriegt, läuft bei mir. Ja, genau. Und noch gegen das Ding. Was ist jetzt schon wieder los? So, komm. Na ja, gute Strafenlage Da hat er ja wenigstens der Coil Brawler. Und... ein Jump. Hui! Der war... ...und Runde zwei von zwei. so... Ja, ähm... Ja, ähm... DJ-Flomson. Schreibe euch dann alles noch mal in die Videobeschreibung. Genau. Ihr könnt doch mal bei meinem Cousin Martin Saukow vorbeischauen. Der hat Videos über seine Gartenbahn. Verlinke ich euch dann auch noch mal in der Beschreibung. So. Und... Oh ja, genau. Ja, ich nehme noch nicht mit... Also die Videos nehme ich mit Facecam auf, weil ich die halt wie gesagt mit der Playstation 4 aufnehme. Ich habe das Spiel jetzt zwar für einen Computer, ähm, hier liegen, aber ich will mir noch erst eine Runde in die Grafikkarte besuchen. So. 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 Ihr Lieben. Das war's für heute mit einer Folge GTA 5 Online auf der Playstation 4. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben, über Abos würde ich mich gerne freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. So. 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 So.